Die Convergence ist bereits in einem Monat. Und da frage ich mich, was wäre dir, lieber Declan, besonders wichtig als Thema anzusprechen? Bodenverbesserung, Bodenbelebung. Wir haben einen ausgelauften Boden überall. Und wir glauben, mit der Chemie das in Ordnung zu bringen. Sogar mit der Biochemie. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, durch die Ansätze von Permakultur, diese Sache richtig zu einer Dauerlösung, wo es jedes Jahr von alleine kommt, weniger Arbeit ist. Also geht es um Kreisläufe? Ja, es geht zwar in Biodynamik und in Organik, in Bioland, in Naturland, in alle diese verschiedenen Bewegungen, alle Umkreisläufe. Aber wo wir vergessen, ist die Lebendigkeit. Und das haben wir mit den ganzen Mikroorganismen dazwischen. Das wissen wir, wie wir das tun. Und so können wir voneinander lernen, wir probieren es alle aus. Und ihr seid eingeladen, uns eure Erfahrungen hier mitzubringen. Es ist nicht ein Frontal-Event. Es ist ein Event, was wir zusammen gestalten. Und deshalb würde ich bitten, komm mal hier am 19. bis 22. Oktober hier in Lebensgarten Steierberg. Herzlich willkommen! Und teilt uns eure Gedanken mit und lasst uns unter anderem auf das Thema Boden eingehen und viel darüber lernen. Und das ist nicht so, dass wir uns unter anderem auf das Thema Boden eingehen. Und das ist nicht so, dass wir uns unter anderem auf das Thema Boden aus HEINZIECKatan. Vielen Dank.